Kühlen die Lüste Glück auf und auf die Kommen liegen zu weit und die sich auf drei LPC hier auf der Babel fahren mit mir dabei der Hürden genau noch mal noch abkündigt und der Dagnis an die Lüge da wird dies gleich vorbei und der Ort ich weiß nicht nur so wie er wird reißig umdreißig So, Eisen habe ich hier bisher noch nicht gewonnen. Seltsame Berge. Na gut. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Guck halt wahrscheinlich hier hin. Hier fehlt nichts mehr noch. Die Berg ist auch gut gemacht muss ich sagen. ist gut abgegrenzt mit dem schnee so toll die flöckchen weiß röckchen das hat aber schön gesagt seit das winter wird mag das war mir wird nicht ich auch nicht fangen jetzt die 35 grad ist schon ein bisschen übel warum soll es noch wärmer werden das soll es auch wieder kühler werden wenn ich zu der hoffnung machen darf ja jetzt haben wir das jetzt schon kühler sein ich weiß nicht was hier passiert das hängt lieber fünf bogen schützen das ist eigentlich nur die einzelnen so langsam müssen wir uns auch mal nach so gedanken machen so frische zu borken Uuh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe dafür keine Rechte. Ja, dann gehen wir einfach in Channel 4. Matt, kannst du auch raus? Ja. User left tour channel, user left tour channel, user left tour channel. Ja. Lass mal ja unter uns sein, oder? Jetzt sind wir unter uns, ja. Ich habe da nur mal eben links Präsenz gezeigt. Ja. Weil der hatte ziemlich viel da, der hätte sich überrennen können, glaube ich. Aber jetzt ziehe ich mich wieder witzig nach rechts. Wart man ja gerade, wo ich meinen Kapppist da mal wieder haben, wenn wir jetzt vorne. Wer steht da? Weiß. Ach ja, Krümer, du nimmst meinen Werk da recht zu gerade ein. Oh, Entschuldigung. Das ist jetzt die Frage, warte ich auf Level 3, oder? Ich warte auf Level 3. Ja, kommen wir das schon bei Level 2 auch noch raus. Ja, und auch links ein bisschen gucken, ne? Ich habe jetzt 70 Prozent, oder warte mal? 73, ich glaube noch nicht, äh, 3, ja. Oben läuft ein Dieb mal wieder lang. Wo oben? Ach da. Ja, das ist das Schöne, der kann ja, ähm... Du kannst halt sonst nirgendswohin, ne? Kannst ja wirklich nur von links und von rechts angreifen. Ich bin quasi geschützt, ich kann halt links und rechts... ...verdaten nicht schicken. Ja, man kann auch außen lang laufen über diese Schläuche, ne? Ach da, ach da. Das war mein Zeug. Ja, aber da seid ihr ja noch, also eure Blender. Ja, das ist richtig, aber wir können halt nicht beide Richtungen gleich gut abhängen. Ja, das stimmt, genau. So, was brauche ich jetzt? Das ist die Frage, ne? Ich weiß halt nicht, wie es bei den Gold mäßig aussehen, doch die schon machen, oder? Glaube ich nicht. Ja, wüsste nicht. Mal sehen, dass es schlägt, so braucht man ein Auge drauf, ja. Oh, endlich Fleisch. Das geht kacke. Tja, ich muss doch nicht nahrungieren wollen, oder der... oder der Fluss ist es, aber... Also, das ist sehr schwer, ganz cool. Und noch gibt's eigentlich noch Eisen auf dem Berg. Ja, du bist ja quasi ein Teil von mir noch. Ja, er muss sich ja... Ja klar, deswegen, das heißt, Nogga müssen wir als erstes ausschalten, oder? Oder was meint ihr? Herr Krümel muss sich rechts einfach nur irgendwie richtig der verteidigen. Das klingt nach dem Job genau für mich. Da braucht man schön Aussichtstürme. Und auch bei euren, ähm... Bei eurer Wüste da. Ja, hab ich schon. Wenn ich euch nicht nachdem, dann... Aber ich habe mich nicht auf den Büchern nicht lausend. Das ist nur ein fl ethischen visiker Raum. Man metric povo. Das kann man die Bauckern nicht ver juegeln. Das ist nur ein, dass man sich, die zu spielten, die zu spielten, hat man kassieren von den Also, was gewezt hat das Thema Koal haar已經 ediyorum und ist auch Eigentlich alles Ach nur unten ist Wasser, oben gar nichts, ich warte Heute spielen wir drei Sägen, ich weiß nicht eigentlich was so gut ist Guck mal, meine liegen voll, ey Ähm Am besten ist, eurem Startturm reist ihr Den hab ich schon weg, also Also, und dann irgendwo in Land halt noch Rund oben halt Da kommt bestimmt jemand mit Schiff Das war nicht, bist du ja so ein Kandidater für, aber Ja, das dauert noch nicht Das anfangen So, den kriegst du, schick ich nach links Den kannst du mal Oh, wo, der hat Level 3 schon, scheiße, schick nach rechts Wissen Sie das? Ja Die werden dann rechts brauchen, glaub ich Ja, 18% Für 36, scheiße, soll ich das rauslassen oder noch mal? Lass raus Weil du weißt nicht, wieviel er da jetzt schon hat Oder Oder Oh, er hat noch nicht so viel Oh, ähm Sieht so aus, als würde ich gleich rechts angreifen Ich schick Wird auch schon Priester rechts Ach, Getreidevermachtung Ach, Getreidevermachtung Ach, Getreidevermachtung Ja, ich mach das Spielzeugen wählen Komm gleich Da war auch Level 3 Ich hab vorhin einen Fehler gemacht, ich hab zu spät Am nächsten Steinfeld gebaut Tja Der Stein war schon weg und dann Oh, scheiße War mein Problem Jetzt muss ich kurz auf Priora, aber das ging relativ fix Ja, ich hab noch Ja, Leuchtturm Ja, Leuchtturm Zwei, drei Eisenmeilen Äh, drei Eisenmeilen Drei Eisenmeilen Plätze hat man dann Aha Großenberg Aber zwei hat er, glaub ich, schon von dir eingenommen Ja, ich hab miche Also wie gut Ach ja, du musst wieder an meinen Berg ein. Schon wieder? Ja, oben da sind wir. Ich glaube, da kann man keine Lüben setzen, aber schon mal das zu stoppen, das ist ja nicht. Ja, oben da sind wir. Ja, oben da sind wir. Ja, oben da sind wir. Ach, wo bleibt denn hier der eine Stein? Nein, das gibt's da nicht. Da fehlt auch ein Stein. Was sind denn die? Okay. 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 Aber mehr Fische auch, da sind Sensen. Oh, will er auch einen Katapult bauen, ey. Nur weil er es jetzt gesehen hat. Leil. Hä. Hä. Da werden die ganz schweren Geschütze rausgefahren. Ja, ich find's immer nur... Weiß nicht, aber... Der regt sich immer gut auf, ja. Eben schon... Du hast übrigens mein zweites Gold. Ach so. Ja, wie machen wir das? Hast du das haben oder so soll ich das nehmen? Wie war das zweites Gold, hä? Ähm... Ganz links und ganz rechts ist jeweils immer... Ja, das Gold. Und ganz links hast du halt von mir da. Ja, ich mach, äh... Guck mal, ich baue einen Markt auch und ich will das da unten ein bisschen ausladen. Da halt. Oh, jetzt kommt doch mit ganz schweren Geschützten, da. Soldaten. Ah. Geh! Der Brötl! Untertitelung des ZDF, 2020 Einfach ein bisschen mit Überblick über die Lage auf dem See zu haben, dass da jemand mit Schiffen mal ankommt. Kostet nicht so viele Beobachtungstürme. Soll ich der Steinraum. Ich wette, irgendwo fehlt wieder Stein. Kann ich nichts gegen machen. So, da und da und noch Platz. Wie gedacht, ich schicke alles nach rechts erstmal, ja. Oh jo. So, ja. Okay. Jetzt werden die armen Geologen erschossen. Oh, oh. Ach, jetzt kommt er. LOL. LOL. Ich schicke den 2. Chris jetzt nach links. Er wird da sicher wieder Gold getauscht und alles gut. Ja, ähm, das soll ich auch mal machen. Du, ich hab mein Gold zwischen dir und mir. Okay, da schick ich das dann raus. Ich schicke das dann, da musst du aber nur ein bisschen aufhören mit Pionieren bei mir da. Links, ne? Äh, ich schicke das dann runter, dann. Weil ich kriege hier mal gleich wieder irgendwelche Sieg ein. Also, ich gucke mir hier mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Boom. Jetzt mein Katapult noch dazwischen. Nein. Okay. 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 Okay.